Im Lauf seines Lebens hat Jorge nicht nur den Nutzen vieler Pflanzen entdeckt, er hat auch durch Experimente herausgefunden, wie sie sich in den verschiedenen Böden und bei unterschiedlicher Behandlung entwickeln. Er weiß, dass eine Aguache-Palme im unteren Teil seines Chakras fünfmal so hoch wird wie eine, die er im höher gelegenen Teil pflanzt. Jim hat den Säuregehalt des Bodens getestet und einen Unterschied von nur 0,5 in den pH-Werten festgestellt. Das kann aber anscheinend viel ausmachen. Jorge hat durch Experimente herausgebracht, dass der Guayaba-Baum Stickstoff im Boden bindet. Er weiß, dass die stachligen Palmen fette Böden bevorzugen, er weiß, dass Achosatscha in der weiblichen Form ein Busch ist und in der männlichen eine Schlingpflanze und dass die weibliche heilkräftiger ist. Und er weiß noch mehr, nämlich, dass Pflanzen und Tiere, Menschen und Delfine, Land und Wasser zusammengehören und eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Jim ist überzeugt, dass die Pflanzen in diesem Chakras den Regenwald retten können. Er erklärt uns das am Beispiel der Aguache-Palme. Die Frucht der Aguache-Palme ist mit dunkelroten Schuppen bedeckt und sieht ein bisschen wie eine Handgranate aus. Das Fruchtfleisch um den großen Kern ist gelb und wohlschmeckend. Die Früchte erzielen auf dem Markt in Iquitos hohe Preise. Entsprechend groß ist das Interesse der Einheimischen, sie zu liefern. Die Ernte ist schwierig und gefährlich. Die Palmen werden bis zu 40 Meter hoch und ihr Stamm ist so glatt, dass es so gut wie unmöglich ist, bis zu den Früchten hinaufzuklettern. Die Leute warten auch nicht ab, bis die Früchte herunterfallen, weil sich dann Affen und Vögel zuerst bedienen würden. Wer also als Erster kommt, fällt die Palme, bevor es andere tun, oft noch bevor die Früchte reif sind. Für unreife Aguachen bekommt man aber längst nicht so viel Geld. Also muss man nach Möglichkeit noch mehr Bäume fällen.